Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Entschlossenheit und zu einem neuen Versuch zu gegenwärtiger Kommunion in dem einen Geist, der eine Quelle hat. Und in der heutigen Lektion fangen wir mit dem Gedanken an, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke, und verbringen fünf Minuten mit diesem Gedanken. Vielleicht verbringen wir jetzt wirklich auch hier über das Video fünf Minuten mit diesem Gedanken. Die Verkaufs Lachen. 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 Halben. Bitte. Hoh. Anna. Anna, Poster. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Stille empfange ich heute Gottes Wort. ZDF, 2020 ZDF, 2020 Heute lerne ich, dass ich das empfange, was ich gebe. ZDF, 2020 ZDF, 2020